Hi Mama, ich weiß nicht, wo genau du jetzt gerade bist, aber ich fühle, dass du ganz nah bei mir bist. Als ich klein war, hast du mir oft vom Himmel erzählt und dass wir eines Tages alle mal dort sein werden. Deine Seele gönnt sich jetzt bestimmt gerade eine große Auszeit, an den schönsten Orten dieser Welt, wo du vielleicht zu Lebzeiten nie warst, aber immer schon mal sein wolltest. Genieß es, denn jetzt beginnt deine vermutlich größte Reise. Weißt du noch, dass du mir oft von den Bergen erzählt hast und dass du sie eines Tages auch mal erklimmen wolltest? Neues zu entdecken war dein Ziel. Oder nach Irland reisen, die zauberhafte Natur dort erleben. Naja, dazu ist es leider nicht mehr gekommen. Heute feiern wir den Geburtstag der Kleinen nach, denn wir haben uns Hilfe geholt. Heute, alleine wären wir mit der Trauer wohl nicht fertig geworden. Aber mit den richtigen, liebevollen Menschen an unserer Seite können wir wieder lachen und Spaß haben. Wir nennen es unser Fest der Begegnung. Und du bist doch auch dabei, oder? Denn du bist doch jetzt überall. Ich sehe dich und dich fühlst. Ich sehe dich und dich fühlst. Ich weiss, du kannst nicht hören. Ich weiss, du kannst nicht hören. Ich weiss, du kannst nicht hören. Ich kann mich oft nicht wehren gegen Trauer, gegen Schmerz. Doch wenn es richtig stimmen wird, dann kommst du in mein Herz. Ich will manchmal wissen, wie das ist in deiner Welt. Ist das oben oder unten? Wird dort auch ein Jahr gezählt? Du bist weg und immer da. Du bist weg und immer da. Das Gefühl ist wunderbar. Wir laufen durch die Zeit und du bist weg und immer da. Ich will manchmal da. Ich will manchmal wissen, wie das ist in deiner Welt. Ist das oben oder unten? Ich will manchmal da. 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 Wenn wir diese schöpferische Kraft als Quelle in unserem Leben nutzen, werden wir für immer mit unseren Liebsten verbunden bleiben. Dann sind sie überall. Untertitelung des ZDF, 2020